Also ich kann die Böck-Werkzeuge wirklich allen empfehlen, die sich mit Metallkonstruktionen auseinandersetzen. Wir haben so viele gute Erfahrungen, dass ich wirklich eigentlich fast all mir bekannten Betrieben, die mir Metallarbeiten empfehlen kann. Hallo und herzlich willkommen hier in Ludesch bei der Firma VONZET. Ich bin der Bernhard Lackner, bin Geschäftsführer seit zwei Jahren. Die Firma wurde 1989 von meinem Vater mit drei Kollegen zusammen gegründet. Wir sind mittlerweile hier in Ludesch seit 2000, wurde hier die Firma neu gebaut, haben mittlerweile Erweiterungen gemacht. 2006 zweite Halle, 2013 die Überdachung, haben mittlerweile 51 Mitarbeiter, machen so circa einen Jahresumsatz von 8 Millionen und beliefern eigentlich sämtliche Schlosser, Kleinkunden, von der Hausfrau angefangen bis zu den ganzen Bauern, große Industriebetriebe und das im Raum eigentlich von ganz Österreich, Deutschland und Schweiz. Also wir fertigen von kleinen Laserteilen bis hin zu großen Bauteilen, das geht weiter hinaus bis zu Fahrzeugteilen, Maschinenbauteile, diverse Reparaturen an größeren Anlagen, genauso bis zu für die Monteure, ob das in einer Küche eine Arbeitsplatte ist oder ob das für ein Schlosser ein Geländer für die Stiege ist oder Stahlwangen, die Treppen. Unser Portfolio ist dementsprechend so groß, dass wir eigentlich jeden beliefern können und das auch gerne machen. Das Einzigartige macht unser Betrieb das, dass wirklich jeder kommen kann. Das wichtigste Ziel von uns ist das eigentlich die Zufriedenheit des Kunden, von der Betreuung und der Zufriedenheit und das Vertrauen in uns. Wir sind eigentlich alle eine Familie in der Firma und das ist eigentlich für mich das Wichtigste, dass auch jeder Mitarbeiter zu mir mit jedem Problem kommen kann und nicht auf per sie anspricht, sondern ich bin der Warnhard und das ist bei mir im Betrieb eigentlich sehr wichtig für mich. Ja, mein Name ist Jean Klaus. Ich arbeite seit 22 Jahren bei der FUNZ in der DASH. Ich bin hier Produktionsleiter. Also die Prozesse bei uns beginnen eigentlich schon bei der Konstruktion der Teile. Der Kunde kann einerseits eine fixfertige DXF- oder Step-Zeitung zusenden, die wir dann natürlich die Teile fertigen, aber auch mit uns eine Konstruktion entwerfen. Das heißt, wir konstruieren mit dem Kunden zusammen dann auch die fertigen Teile. Der bekommt von uns auch die Zeilungen und das kompletige Know-how von uns. Und wir können so den Teilen optimal abstimmen gleich auf unsere Fertigungsprozesse. Dann geht es weiter mit der Zustände der Teile. Das heißt, wir haben zwei Laser in Betrieb mit 6 x 2 Meter. Wir schneiden bis zu 25 Millimeter. Der Prozess geht weiter dann mit den Graten. Ein ganz wichtiges Thema mittlerweile. Den Graten ist für die Kunds und Kunden ein sehr, sehr wichtiger Anteil geworden. Ich glaube, hier punkten wir sehr, weil der Kunde diesen sehr hohen Wert auf diese Graten legt. Von dort an geht es weiter. Entweder Bohren, mechanische Bearbeitung, Abkanten, Bleche einwalzen. Und dann werden die Komplenzen zusammengeführt. Wiederum auf Schweißteile oder dann noch ein weiteres Beschichten, Verzinken, noch ein weiteres. Wir haben Graten. Es gibt die einfachste Maschine, die Langbankmaschine, wie man das früher noch oft betrifft. Wir haben jetzt vorhin gestartet eigentlich. Und dann haben wir gerade schon bald gemerkt, das genügt dem Kunde nicht. Und haben dann die erste Lismag-Maschine angeschafft. Mit dieser Lismag-Maschine haben wir Edelstahl- und Aluminium-Teile entgratet. Mit dem großen Vorteil, dass die Lismag-Maschine auf beiden Seiten gleichzeitig entgraten kann. Und in einem Arbeitsgang den Grat entfernt. Und auch eine schöne Oberfläche fertig, die im Maschinenbau sehr gewünscht wird. In weiterer Folge haben wir dann gemerkt, dass Stahlteile immer wichtiger wird, sauber zu entgraten. Speziell wenn sie beschichtet werden, verzinkt werden. Dass die Entgratung eine sehr wichtige Geschichte ist. Und daher haben wir uns dann in weiterer Folge zuerst für die Time-Safe-Maschine entschieden. Die eine gute Entgratung anbietet. Und vor allem eine sehr lange Standzeit der Werkzeuge anbietet. Und dann haben wir uns dann für eine Kufin entschieden. Mittlerweile für zwei Kufins. Eine 200er oder eine 800er. Und wir müssen sagen, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Hier sind wirklich starke Verrundungen möglich. Bei trotzdem sehr kurzer Zeit. Den Marc und den Jochen habe ich auf der Messe kennengelernt. Und das war damals schon der erste Kontakt. Das war so persönlich, dass wir eigentlich, wir können sagen, gleich wie eine Freundschaft geschlossen haben. Das hat wirklich gut funktioniert. Er hat mich damals unglaublich toll beraten. Ich habe mich gleich wirklich sicher gefühlt, dass er mir eine ehrliche Beratung anbietet. Und ich muss sagen, jetzt arbeiten wir schon über 15 Jahre zusammen. Und es hat sich dieser erste Eindruck ganz klar bestätigt. Mein Name ist Marc Böck und ich bin gemeinsam mit meinem Bruder Jochen Geschäftsführer der Böck GmbH. Wir haben bei der Firma VMZ auf der Time Savers die Ingradwalzen. Auf der Lismark SBM L1500 setzen wir unsere Schleiflöcke ein. Und auf der KUFIN F800 und der KUFIN F200 setzen wir sowohl die Breitbänder als auch die Ingrad-Teller ein. Was ich an der Firma Böck auch sehr schätze, dass sie sich immer bemühen, innovative Techniken anbieten. Wie zum Beispiel die Schnellspannvorrichtungen. Die gibt es mittlerweile an der Lismark. Die gibt es auch mit KUFIN-Werkzeugen, Tellerwerkzeugen. Und das ist eine riesige Erleichterung. Das erleichtert uns die Verstellmöglichkeit. Wir sind sofort wieder on tour und können sofort wieder weiterarbeiten. Und das entwickelt Böck speziell für die Kunden. Das finde ich sehr speziell. Bei der Firma VMZ ist eine große Vielfalt an Ingradmaschinen vorhanden. Damit kann für jede Anwendung die richtige Ingradmaschine ausgewählt werden. Und mit Hilfe unserer Werkzeuge können wir diesen Prozess entweder schneller machen oder besser in Richtung Kantenverwundung. Das Verhältnis ist sehr freundschaftlich. Wie gesagt, wir haben eine sehr persönliche Bindung schon von Anfang an gefunden. Und auf fachlicher Ebene ist der Austausch wirklich hervorragend. Also am besten mit der Zusammenarbeit mit der Firma Böck gefällt mir der ganz tolle persönliche Kontakt. Und die wird die exzellente Beratung. Und dass er wirklich auf die Wünsche, die wir haben, auch wirklich gut eingeht. Und er uns sogar ganz spezielle Modelle anbieten kann, die speziell auf unsere Wünsche abgestimmt sind. Also ich kann die Böck Werkzeuge wirklich allen möglichen Empfehlen, die sich mit Petal und Konstruktion auseinandersetzen. Das ist vom einfachsten Schlosser beginnend bis zum Maschinenbausektor. Wir haben so viele gute Erfahrungen und so ein großes Produktportfolio von Böck verhalten, dass ich wirklich eigentlich fast allen mir bekannten Betrieben, die mit Metallarbeiten empfehlen kann. Und wenn du auch ein echter Blechbearbeiter bist, dann hast auch du unsere Werkzeuge verdient. Und wenn du ein echtes Sheet-Metal-Worker bist, dann haben wir noch mehr Videos für dich hier. Und die besten besten Sheet-Metal-Workers, subscribe zu unseren Kanal und like unseren Videos. Bis zum nächsten Mal.